ha leute hier ist das siebte video und jetzt wollte wissen was der zweite gerade ist ich sage es euch noch mal es ist auch von id software es könnte es ist reich kommt ja ja ist so ja was soll jetzt waren wir habt ihr habt ihr ein steak habt ihr schon mal ein steak gegessen das wollte ich erfahren ich weiß nicht was ist ich muss mir das aussuchen ja bis morgen das video ist er wird dann auch gleich hochland verbracht aber ja 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 Untertitelung. BR 2018 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 Nummer 8 Untertitelung. BR 2018 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 österreich hat zu was ich auch nicht verstehe der gehört zur rewe seit 1999 und rewe gehört auch penny und merkur bei uns die haben aber offen merkur ist er für die höhere klasse bill ist für die mittelschicht und penn ist für die untere schicht und der biller hat zu und die anderen zwar nicht und das verstehe ich nicht die wenn ihr schon so konsequent hat und sagte mach mal machen wir machen wir unseren mitarbeiter eine freude machen den achtet sind wirklich zu nur ein biller naja ja könnte man eigentlich rewe fragen vielleicht schreibe ich stehen auch auf facebook okay ist zwar lieber und nett dass ihr das sind biller zu habt aber was über die anderen kräfte und ist top naja aber den tag nutzen hat alle zum zum shoppen das wird morgen hardcore meine frage ist also erst einmal welches spiel gibt es zu gewinnen magica 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 keine ahnung ein 1 zu gewinnen gibt es heute das spiel magica ja die frage ist nutzt ihr den heutigen freien tag wurde ja dann musst du den heutigen feiertag als shopping aus fürs shoppen oder bleibt er daheim und sagt konsequent durch ich oder sagte konsequent nur ich bleib daheim weil ich gebe mir den scheiß nicht am 8 10 alle das tun antworten bis keine ahnung bis zum 10 genau antwort bis zum 10 dezember und morgen ist sonntag da los ich dann die ganzen keys auf den restlichen tage bis auf die bis zum 10 10 halt weil ich so nett bin die vom die keys vom 10 muss ich dann keine ahnung am nächsten wochenende aus